Neu auf Disney Junior. Prinzessin Sophia? Zauberhafte Abenteuer. Ich wünschte, ich wäre auch so klein wie ihr. Hey, wo ist die Prinzessin hin? Fantastische Freundschaften. Wenn dein Flügelpferd mit dir in den Himmel fliegt, seid ihr miteinander verbunden. Ganz neue Geschichten mit Prinzessin Sophia. Wahnsinn. Sophia die Erste. Ab Montag 13.40 Uhr auf Disney Junior. Ab Montag 13.40 Uhr auf Disney Junior.